Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich mach's kurz und knapp, ich fliege in genau 5 Stunden. Ja, 5 Stunden nach London. Wir haben 2.20 Uhr, mein Flug geht um 7.40 Uhr. Ne, bock nicht. Jetzt fragt ihr euch, Jan, warum fliegst du nach London? Das kann ich euch ganz einfach beantworten, denn meine Goya-Tasche, die ich im Januar in London zur Reparatur abgegeben habe, ist jetzt im Juni fertig. Geil. Und deswegen fliege ich morgen früh nach London, hole die Tasche ab, verbringe den Tag noch irgendwie da, gehe ein bisschen shoppen, gehe was essen, dies und das, mache einen Vlog und fliege abends wieder zurück. Also ich fliege um 7 Uhr morgens hin und fliege um, ich glaube, 21 Uhr wieder zurück. Und für die ganzen Leute, die sich jetzt fragen, Jan, warum lässt du dir die Tasche nicht per Post schicken? Ja, genau das würde ich nämlich auch eigentlich gerne machen. Nur wenn sie mir die Tasche per Post schicken, ihr wisst, Brexit und so, dann wurde mir gesagt, muss ich den Einkaufspreis der Tasche verzollen und das ist nicht gerade wenig. Und deswegen habe ich mir diesen anderen 20 Euro Ryanair-Flug geschnappt und fliege nach London. Das wäre es dazu, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Viel Spaß mit dem Vlog, ich muss jetzt schlafen gehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder und ich werde wahrscheinlich mega fit aussehen. Ich mache euch jetzt so eine coole Transition. Guten Morgen. Bei mir geht gar nichts, ich muss duschen gehen, ich muss mich anziehen, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. 20 Minuten später. Kleiner Fit-Check am Morgen. Das ist das Outfit. Weekday-Bag, Weekday-Shorts. T-Shirt muss ich glaube ich nichts zu sagen. Zwei Red Bull, Air Force und... Wir legen los, es ist beide bei unnormal warm jetzt schon. Äh. Es ist immer noch selten, Mann. Wir sind die allerletzten, Junge. Ah, feels good to be back. Wir sind da. Pidili Circus. London, schönes Wetter. Wir sind sicher angekommen in London. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit nicht gemeldet oder so, weil wir halt einfach komplett im Arsch sind, mega müde sind und irgendwie erstmal ein bisschen klarkommen mussten. Können Sie auf jeden Fall sehen, wir haben ein sehr, sehr schönes Wetter. Die Sonne scheint, wir sind wach, wir sind fit, nachdem wir im Zug geschlafen haben. Der allererste Traum ist auf jeden Fall Goyard, weil ich denke, umso früher wir hingehen, umso leerer wird das so und ich habe echt keinen Bock, mich jetzt irgendwie in die Schlange zu stellen. Dann holen wir meine Back ab. Also ich hoffe es auf jeden Fall, dass sie fertig ist. Aber mir wurde gesagt, die ist abholbereit, deswegen gehe ich mal davon aus. Noch ein paar London Impressions. So sieht es hier gerade aus. Ich bin übrigens mit Sennart, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Gebt mir mal einen Spin. Gebt mir einen Spin. Guckt euch das Shirt an, Junge. Represent in London. Das hier ist, by the way, die Regent Street. Hier können Sie sehen, wir haben ja auch viele Stores, wie Weekday zum Beispiel. Und wenn man hier lang hoch geht, kommt man oben zur Oxford Street. Die geht man dann komplett runter. Da sind auch mehrere Stores, da ist Haybridge und so weiter und eben auch Goyard. Und da werden wir erstmal die ersten paar Minütchen dieses Tages verbringen. Angekommen am ersten Spot. Goyard, Schlange sehr gering. Gefällt mir. Und jetzt gucken wir, dass wir schnell da reinkommen. Und dann bin ich mal gespannt. Wir sind raus. Ich habe nichts. Er hat sich was gekauft. Was genau? Seht ihr wahrscheinlich dann bei Sennart. Das zeige ich euch nicht. Kleines Update. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe die Bag abgeholt. Das Ganze sieht so aus. Also wir haben einfach einen neuen Gurt. Komplett neu und clean. Das heißt, ich kann sie wieder benutzen und kann sie wieder tragen. Diesen Prozess habe ich jetzt stolze sechs Monate gewartet. Von einer Tasche, die fast 2.000 Euro kostet. Ich muss hier daraus ein Goyard für den unfassbar krassen Service. Aber ihr müsst wissen, mir wurde gesagt, das dauert so drei bis vier Wochen. Wurden jetzt gerade hier weggeschickt. Was ich auch ganz kurz sagen wollte. Trotzdessen, dass ich lange gewartet habe, habe ich die Reparatur wenigstens umsonst bekommen. Also ich musste nichts dafür zahlen. Aber die Leute, die es nicht wissen, ich habe ja die Tasche mit der Kofferraumtür so mäßig kaputt gemacht auf Hawaii. Nein, ihr glaubt mir, dass es mir gerade passiert ist. Ich habe gerade das hier zugeknallt. Das Ding von meiner Goyard Bag war hier. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch den ganzen Tag in London bis abends. Ich gehe jetzt noch ein bisschen shoppen. Ich denke, als ich es gehe mit dem Selfridges, ein bisschen abchecken. Und ich nehme euch mit. Hunger habe ich auch. Durst habe ich auch. Papou und die, nichts anderes. Bevor wir aber irgendwas machen, brauche ich erstmal eine Erfrischung. Und ich glaube, ich greife zur Fanta Fruit Twist. Kenn ich gar nicht. Ihr wisst, stay hydrated. Noch ein Wasser. Und weiter geht's. Selfridges. Genau da habe ich im Januar, als ich hier war, meinen entire Studios Hoodie gekauft. Den danach nie angehabt und dann irgendwann verkauft. Bester Kauf meines Lebens. Jeremy Fragrance, ja, was geht ab. Ich kann euch schon mal sagen, der Duft hier ist, glaube ich, neu. Aber richtig gut. Ich würde mir sehr gerne für den Sommer einen von diesen fünf Düften hier holen. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, welchen ihr von denen am besten findet. Oder falls ihr generell einen Sommerduft habt, den ihr empfehlen könnt. Auch jetzt nicht von Louis Vuitton. Schreibt es gerne rein, weil ich brauche auf jeden Fall neue Sommerdüfte. Hier gibt es auch so eine kleine Vintage-Abteilung. Unter anderem, Yoshi, falls du das siehst. Bisschen Stussy-Archive und so. Die Jacke hier ist sogar ernst hart, aber 720 Pfund, weiß ich nicht. Hier steht einfach random im Auto rum. Ich glaube, das ist ein DeLorean. Hoffentlich labert gerade keine Scheiße. Hier auch eine riesige Fear of God Essentials-Abteilung. Mit, ich glaube, das sind sogar neue Sachen, oder? Hä, lol, das ist ja auch nochmal geil. Das ist so ein geiles Gelb. So ein verwaschenes Braun. Winterjacken. Hä, was sind das für geile Farben? Ich kenne die Sachen alle gar nicht. Warte mal, hier muss ich mal in Ruhe abchecken. Ich habe mir jetzt die beiden Sachen hier genommen, weil ich das Gelb irgendwie ohne... Ah, es kommt auf Kamera gar nicht so rüber. Aber das Gelb ist wirklich extrem schön. Wir haben hier so ein Frottee-Polo. Kommt eigentlich auch ungefähr so im Sommer von mir. Kleiner Leak. Und dann auch hier so ein Sweater mit so einem weißen Polokragen. Find ich irgendwie auch geil. Was sagt ihr? Das war einmal das Polo. Vom Ding her. Sehr, sehr schön verarbeitet. Schöner Fit. Mich stört nur ein bisschen dieser unnormal enge Bunte. Weil wenn ich mich einmal so bewege, dann sehe ich halt so aus. Also dieser enge Bunt weiß ich irgendwie nicht. Hätte ich mit einem lockeren Bunt ein bisschen geiler gefunden. Ich muss sagen, fit. Perfekt, schön locker. Perfekte Ärmel. Auch der weiße Kragen gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist dieser Essentials Print vorne. Der hätte jetzt nicht sein müssen. Aber aufgrund dessen, dass der Ton ein Ton ist, geht es eigentlich sogar klar. Ich weiß noch, die hier hätte ich mir fast in der Dubai Mall damals gekauft. Sehr egal, so habe ich es nicht gemacht. Obwohl die immer noch sehr, sehr fresh sind. Mit so einer breiten Hose, die da drauf steckt. Sind die schon sehr cool für den Winter. Nur jetzt für den Sommer komplett unnötig. Wir haben uns erst mal entschieden, rauszugehen. Weil wir haben beide gottlosen Hunger. Das geht wirklich ganz klar. Der Weißer steht hier später nochmal rein. Ich habe den Sweater erstmal zur Seite gelegt. Ich will erstmal ein bisschen schauen, was ich sonst noch hier so finde. Und nicht jetzt irgendwie auf Krampf direkt das Erstbeste kaufen. Wir haben jetzt hier gerade ein bisschen auf TikTok geschaut, was man in der Nähe essen kann. Haben das hier gefunden. Market Hall heißt das Ganze. Da gibt es so mehrere Food Spots eben. Das setzten wir jetzt hin. Ist sogar 450 Meter entfernt. Da sind wir angekommen. Ist glaube ich so eine riesige Halle, wo es ganz, ganz viele einzelne Stände gibt mit Essen. Aber okay, da hinten ist schon mal Sushi. Sushi, sexy Buns. Hier gibt es Tacos, 20 Fit Fried Chicken. Oh, das hört auch geil an, Fried Chicken hier. Was gibt es hier denn? Chicken Burger, Sides, Wings, Nuggets. Wir haben uns jetzt hingesetzt. Ich habe mir einen Chicken Burger bestellt und Buffalo Wings. Also wird hoffentlich geil. Essen ist da. Wir haben hier den Burger. Sah auf TikTok ein bisschen größer aus als in echt, aber sieht trotzdem extrem gut aus. Wir haben die Buffalo Wings, auch extrem, extrem sexy. Und das, das ziehe ich mir jetzt rein. Ihr glaubt gar nicht, wie Bock ich darauf habe. Wow. Okay, ich probiere einfach mal. Soll ich da reinbeißen? Geisteskrank. Dieses Chicken. Wow. Noch ein bisschen für euch. Als nächstes die Wings. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie da Versoßen drauf sind, aber so sehen sie aus. Ich probiere mal. Geisteskrank. Geisteskrank. Ich habe eben komplett vergessen, ein Fazit zum Essen zu geben, weil ich einfach wirklich war viel zu knock. Aber ich gebe dem Burger auf jeden Fall final eine 10 von 10. Ja, und das meine ich ernst, der Burger war wirklich Definition geisteskrank. Ich würde sogar fast sagen, der beste Burger, den ich je gegessen habe. Und das heißt schon einiges. Also mir fällt gerade kein Burger an, den ich geiler fand. Übrigens muss ich sagen, im Nachhinein semi-geil. Da gebe ich so eine 7,5 von 10, weil die Sauce nämlich irgendwie nicht so umgehauen hat. Aber könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne abchecken, wer jemand London sein solltet. Und jetzt geht es für uns weiter und wir sehen uns später wieder. Ich muss das mal ein bisschen auskurieren hier, ein bisschen mit die Beine vertreten. Erster Stop in Soho. Stussy. Mein Lieblingsladen. Hier haben wir ein paar London Exclusives. Rot, Beige und Grün. T-Shirts, Hosen. Ganz viele kurze Hosen. Hemden. Das Jersey hier. Frag nicht warum, wollte ich mir bestellen, aber die haben das irgendwie nicht nach Deutschland geliefert. Ich konnte das irgendwie nicht bestellen, jetzt haben die das hier im Laden. Ich glaube, das probiere ich mal an, so für den Sommer. Könnte eigentlich ganz cool sein. Wären wahrscheinlich auch ganz viele nicht feiern, aber ich fand es irgendwie cool. Ich glaube, ich probiere das mal an. Ich hoffe, die haben das Size M am Start, weil L wird mir auf jeden Fall zu groß sein. Ich habe gerade Marc gefragt. Es gibt es nur noch in L und nicht mehr in Medium. Dementsprechend war es das auch damit. Hier gibt es auch wieder so ganz, ganz viele einzelne Essensläden, so einzelne Spots. Sehr nice, nur wir haben halt gerade gegessen. Naja, ist auch egal. Hier ist jetzt das Supreme. Mal gucken, was da abgeht. Das Trikot hier, sehr, sehr hart. Ich glaube, das probiere ich sogar vielleicht mal an. Hose auch. Kann schon cool kommen für den Sommer. Angekommen in der Umkleide. Übrigens sieht die extrem geil aus. Wir haben eine gelbe Badehose mit einem kleinen Supreme-Log an der Seite. Wir haben die Shorts zum Trikot. Habe ich irgendwie nur aus Jog eigentlich genommen. Und eben einmal das Trikot. Da bin ich echt gespannt, wie das angezogen aussieht. Size M habe ich genommen. So sieht es aus. Angezogen. Einmal von vorne und auf einmal. Kann man es erkennen. Von hinten. Ich muss sagen, von hinten gefällt es mir nicht ganz gut. Von vorne eher besser. Aber ich weiß nicht, haut mich das jetzt so um. Kostet, glaube ich, so ungefähr 80 Pfund. Das wäre der Fit mit der Hose. Von vorne unnormal krass. Und irgendwie von hinten, weiß ich nicht. Von hinten finde ich es irgendwie gar nicht so nice. Aber so würde ich mich eigentlich im Sommer sehen. Naja. Backprint versaut es ein bisschen. Dementsprechend. Ey. Wir können sehen, bei Supreme auch wieder mega viel gekauft. Seiten ist ein Leondor. Kannst schön einen Kaffee trinken. Ey, wir laufen hier random lang. LFDY opening soon. Schon krank, ja. Einfach direkt neben einem Leondor und OVO. LFDY. Das sind schon krasse Moves. Das sind sehr, sehr krasse Moves. 5. August öffnet der. Krass. Das ist echt heftig. OVO. War ich auch noch nie drin. Das hier wäre der Store. Sehr, sehr clean. Boah. Der Store sieht unnormal nice aus. Boah, die College-Jacke ist auch gestört. Mir auch so Trinkflaschen, Socken, Aschenwäscher, Taschenmesser. Also auch ganz viel Accessoires. Wie sick sind bitte diese Nocta Nike-Schuhe? Habe ich gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt, aber die sind ja unnormal geil. 165 Pfund. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde die schon sehr, sehr nice. Aber ich glaube, das macht nicht so Sinn, die jetzt zu kaufen. Weil ich habe halt nicht mal Gepäck, wo ich die überhaupt verstauen kann. Ich habe jetzt einmal die Shorts hier anprobiert. Das Ding ist nur, also ich finde die sehr, sehr krass. Aber die ist irgendwie ein bisschen kurz. Ne? Checkt ihr? Die ist ein bisschen kurz. Aber an sich sehr, sehr coole Basketball-Shorts. Ich glaube, ich probiere die mal in der Größe Größe an. Und dann, wie krass ist eigentlich diese Umkleide? L. Die Hose gibt es nämlich nicht eine Nummer größer. Dementsprechend wird auch das kein Cop. Die ist nämlich leider zu kurz. Schade. Boah, ich finde die echt sehr, sehr krass. Auch diese Farb-Combo. Hätte ich gerne mitgenommen. Aber, das wird nichts. Angekommen bei End. Da geht es jetzt auch noch rein. Vielleicht finde ich ja hier was. Bis jetzt habe ich irgendwie nur Pesch. Ja, Jungs, keine Ahnung, was ich sagen soll. Es ist immer dasselbe hier. Keine neuen Sachen. Immer dieselben Marken. Auch wieder nichts gefunden. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, euch hier wieder irgendwie jede Marke zu zeigen und so. Deswegen steppen wir jetzt wieder raus. Dieser andere 7 Euro Orangensaft in einer Glasflasche. Aber da habe ich jetzt Bock drauf, sage ich euch ehrlich. Wir haben jetzt 14 Uhr. Wir wollten so gegen 17 Uhr wieder zurück zum Flughafen. Das heißt, wir haben jetzt noch knapp drei Stunden. Und wir sind eigentlich... eigentlich fertig. Ich weiß auch nicht mehr genau, was wir jetzt noch machen sollen. Wir haben gegessen. Ich kann die ganzen Läden langsam auch nicht mehr sehen. Es ist unfassbar heiß. Ich muss unnormal aufs Klo. Wir können jetzt hier ein bisschen genießen die Sonne. Und dann mal gucken, was noch geht. Wir sind hier gerade in so einem random Sneaker-Laden. Ich habe den hier gefunden. Der ist gebraucht. Kostet 180 Pfund. Ist aber eine 42,5. Ich wusste gar nicht, dass es den Protection Pack in der Farbe gibt. Ich finde die Farbe aber eigentlich sehr geil für den Sommer. Der ist mir leider zu klein. Der wäre schon sehr, sehr geil gekommen. Laden heißt übrigens London Sneaker Club. Falls ihr es interessiert. Und wir seppen jetzt... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sage euch ehrlich. Langsam geht das hier an die Grenzen. Wir haben jetzt irgendwie 15 Uhr oder so. Ich bin müde. Bisschen geht nicht mehr. Ihr glaubt nicht, was das für ein anstrengender Tag ist. Ich bin seit 5 Uhr wach. Hab drei Stunden gepennt. Ich laufe hier bei 55 Grad in der Hitze rum, ey. Das ist einfach die Tür von diesem Laden. Wir sind gerade bei Balenciaga. Wie krass sieht dieser Store bitte wieder aus? Wow, wow, wow. Ich weiß nicht, wie dieser Store aufgebaut ist. Wie krass das aussieht. Ich schwöre auf alles, das ist der krasseste Store von der Innenarchitektur, den ich je gesehen habe. Wie geisteskrank sieht dieser Laden bitte aus? Kleines Update. Wir befinden uns wieder auf der, frag mich nicht warum, Oxford Street. Laufen jetzt hier wieder ein bisschen rum. Gehen vielleicht nochmal zu Sailritees. Vielleicht noch ein bisschen schwanke wegen diesem Essentials Polo-Sweater. Sailrite will noch was zu trinken holen. Wir wollten noch kurz zu Super Dry, weil da habe ich nämlich einen kleinen Geheimtipp. Und ansonsten haben wir noch so knapp eine Stunde 30 oder so, bis wir wieder was auf den Weg machen müssen zum Flughafen, beziehungsweise erstmal zum Bahnhof. Ihr könnt nicht glauben, wie fertig wir sind, wie wir schwitzen, wie warm es ist, wie anstrengend das hier alles einfach ist. Egal, ich beschwärme mich hier, als hätte ich irgendwie jetzt hier über den anstrengenden Arbeitstag oder so. Aber ein Geheimtipp, Super Dry, Oxford Street. Ihr könnt sehen, Vintage Nike Store Upstairs. Da gehen wir jetzt nämlich hin. Hier haben wir es. Vintage Streetwear. Nike, ganz viel. Guckt, wenn ihr hier runtergehen könnt. Alles Vintage. Also es gibt hier wirklich unfassbar viel Stuff. Aber ich sage euch auch so, wie es ist. Ich habe wirklich gar keine Energie, jetzt hier irgendwie durch diese ganzen Sachen durchzugucken. Es ist halt sehr viel so Basketball, College Stuff und so weiter. Viele Hoodies, aber auch viele Shirts. Ich wollte es einfach mal in den Vlog mit reinnehmen, damit wenn Leute von euch in London sind, ihr das Ganze hier auf dem Schirm habt. Weil es lohnt sich auf jeden Fall. Man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Und das ist das zweite Mal. Deswegen gehen wir rein. Oh, dicker Scheiße. Da sind wir wieder. Fear of God Essentials. Ich gebe dem Ganzen nochmal einen Versuch. Also ich gebe dem Jungen noch eine Chance. Ich habe ihn nochmal angezogen. Ich habe mir auch noch eine Jogginghose und so einen anderen Sweater ausgesucht. Aber die gefallen mir irgendwie beide nicht so krass. Der ist schon wirklich sehr, sehr nice. Aber ich denke, ich werde ihn nicht kaufen. Ich denke, es wird einen Impuls kaufen. Ich denke, ich werde ihn eh nicht tragen. Und dementsprechend wird er hier gelassen. Auch wenn ich den wirklich extrem nice finde. Für den Sommer, für diese Sommerabenden, wisst ihr. Man ist braun gebrannt, die Sonne geht unter. So, wisst ihr. Kann der schon sehr, sehr cool kommen. Vor allem mit dieser Farbe. Aber ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ihr könnt es erkennen. Ich bin zu Hause. Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr gefilmt. Also wir haben uns halt nach Safeges auf dem Weg zum Flughafen gemacht. Sind Bahn gefahren, U-Bahn gefahren, geflogen, dies und das. Nur wir waren eben beide unfassbar fertig. Und das Handy wurde dementsprechend auch nicht mehr gezückt. Naja, ich bin zu Hause. Das heißt, das wäre es auch mit dem Video. Ich habe mir jetzt nichts gekauft. Aber die Mission wurde auf jeden Fall erfüllt. Denn ich habe meine wunderschöne Go-Yard-Bag zurück. Die ich jetzt ein halbes Jahr lang nicht getragen habe. Und auch irgendwie schon fast vergessen habe, dass ich die besitze. Ist es auf jeden Fall schön, die jetzt wieder tragen zu können. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Lasst ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Genießt die Woche. Wir sehen uns. Und ciao.